So, damit mal wieder Willkommen zu einem Minecraft LP, heute sehr laggy. Ach, was weiß ich warum. Maaan. Also, bei GTA habe ich im Moment ein paar Schwierigkeiten. Und zwar ein paar dicke Schwierigkeiten. Einmal, ähm, ja, das will irgendwie nicht so ganz, äh, also erstens wird es nicht starten. Dann steht drin, ähm, es übernimmt meine Grafikeinstellungen nicht. Ja, jetzt habe ich halt mal runtergeschmissen und bin jetzt gerade im Hintergrund bei Steam. Und dann, am neu installieren. Beziehungsweise auch am neu herunterladen. Ach, hat sich da musiert. Endlich. Ah, fuck. Scheiße. Das war jetzt. Ah, vielleicht noch. Tut mir leid, dass ich das jetzt machen muss. Also, ähm, ich stelle mal hier auf Normal und weiche Beleuchtung an. Und auch schnell. Bolten aus. Vielleicht gleich noch Sextapack auf Normal stellen. Man sieht zwar total krottenscheiße aus, das Game, aber das wär's. Ja. Bis gleich. So, dann sind wir zurück. Hoffentlich wird es jetzt wegen der Rum-Lag. Aber das muss jetzt halt sein, wegen dem, wegen dem scheiß, äh, na okay, nicht scheiß GTA, aber... ...wegen GTA. Ja. Weil, I, äh, EA wäre es jetzt schon. Und sonst die bin ich jetzt, äh... Ich zock's zwar nur mit, aber ich hab's vor, es mir zu holen. Aber jetzt, wo ich gehört hab, dass EA zu dumm ist, im Moment, um das, ähm, richtig zum Laufen zu kriegen, äh, die Server, äh, bin ich schon ein bisschen angepisst. Ja, hab da, zu, äh, auch schon 60 Euro gelangt, ne? Und, ich hätt's lieber wirklich in was für die, äh, für die Let's Play Sachen investiert. Was ich ganz ehrlich sagen kann, da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Weil, äh... Egal. Jetzt, äh, kann ich auch nichts mehr ändern. So. Gehen wir mal wieder rum, hinter in die Höhle. Da ich immer noch ne Minimap-Mod drin hab, da ich wieder ganz schlau war und wieder unvorbereitet gestartet hab. Ah, okay, ne ganz unvorbereitet, ich war eben auf Glied.de und hab mal geguckt, da war dann eiskalt, hab ich ja gelesen, dass in Tehran, das ist Iran glaub ich, auf jeden Fall da unten Tehran, da irgendwie statt Tehran, da wäre, da sind jetzt Sniper, wirklich Sniper auf Ratten angesetzt worden, ja, auf Ratten, das glaubt keiner, wenn ich schon vergesse, was ich wahrscheinlich tun werde, ähm, werd ich das unten in der Beschreibung verlinken, diesen Artikel, aber, äh, ich glaube das vergessen, deshalb einfach mal auf bild.de gucken, also bild.de und da müsste es dann irgendwo stehen, irgendwie, äh, bei News war das oder so, wenn ich jetzt einfach mal bei News war, dann bin ich ja. Stammt ist da, und ich schaff nix mehr, glaub. Oh, witzig. Kätzchen, kätzchen. ...und, äh, vorhin hab ich bei, äh, äh, bei der Bild-Zeitung, äh, lol, ich bin ja ein ganz schlauer. Habe ich bei Bild.de gelesen, Ami, also Amerikaner, wurde im Knast in Amerika zwei Jahre lang vergessen. Zwei Jahre lang. Da sieht man mal wieder, Amerika und Menschenhandel, ne Menschenhandel, äh Menschenfürsorge oder wie das heißt. Da sieht man mal wieder, wie weit die Ami da sind. Alter, das ist gut, ey. Mein PC ist gar nicht mal so ausgelassen. Oh, jetzt kommt mir da schon wieder ein Schauer über. Ich meine, wie... Ne, stupe Leia, aber ich muss mal kurz gucken. Ich bin 2 und... Ne, 25 Prozent. 3,5 MB kriegt es pro Sekunde. Dann sieht man mal wie dick GTA ist. Ich glaube ich halt mal meinen Schwerpunkt machen. Ach ja, ach ja. Nebenbei, also wenn ihr im Hintergrund Sachen hört, so beschrei vielleicht oder so, könnte sein, weil ich im Hintergrund noch bei Sky Wrestling noch ne? Weil ich mein, wir haben 22 Uhr, ich muss jetzt zwei Stunden aufnehmen und, also hier ist halt nur Minecraft, ich denk mal, bis dahin geht's auch, also eine Stunde Minecraft und dann noch eine Stunde vielleicht noch die Dinger und dann wieder noch fucking Wokko ohne Binks geben. Ohne, ja, ist ohne, äh, Poli, Trolley ist so, dass ich von Kaffee bin. Oh, ihr seid, hm, ich werd doch da bei sowas, äh, weil ich die nächsten zwei Wochen halt, äh, erstens Praktikum hab, gar nicht großartig zum Aufnehmen kommen, Freitags bin ich dann wirklich mal froh, wenn ich zu Hause in meinem, äh, auf meiner Couch liege, oder so. Ohne, ja, ich hoffe, ich versteh dir. Jetzt halt, ich probiere, alter, ich dachte, ich hab jetzt schon mal so... oh, Mann, 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 ich hab' ne Schiene mehr, kann ich sein, ich hab' mit zwei, zwei, drei, drei. Ähm, ich schaffte das Verschied hier. Wuuuuh, ich hab' doch Da kann ich mich nicht wieder nicht mehr klar machen. Also da wenn mein Kater hier weiter so rum spinnt, muss ich glaube ich gleich noch mal die Aufnahme drauf gehen und gehen erstmal hier aus meinem Wohnzimmer raus. Dass wir da ganz gut ausnehmen können. Oder ich kriege nun einfach mal Wasser, wenn ich gucke. Oder auch... Also das wird auch Black, weil wir neue... ...Datei von Fred sind. Ich frage mich nur wo ich die X3 herklicke. Sollte das was kosten? Irgendeiner hat ja eh schon wieder den Code in... ...Dings ins Internet rein. Und... ...Alter... ...Water... ...Das ist... ...Scheiße. Ja genau. Erstmal mit Letzung. Probieren wir Letzung noch zu bauen. Ähm... ...Alter noch... ...Ja... ...Das ist scheiße. Ich glaube wir sind genau eingekesselt. Ich glaube wir sind genau eingekesselt. Ich glaube wir sind genau eingekesselt. Dann baue ich mal so. Ich glaube ich kriege gerade noch nichts was da los ist. Auf jeden Fall. Ich sehe hier gerade... ...Mark... ...Also wer sich in Dings in Wrestling auskennt. Äh... Ja... ...Muss ich sagen... ...Mark Henry gegen Ryback ist da gerade im Backstage-Bereich gewesen. ...Also wie er ausgesprochen wird... ...Also er sich nicht auskennt. Ähm... ...Einfach mal... ...Ehm... ...Wie schreibt den Namen sogar rein? ...Line... ...Back... ...Ja... ...Ich glaube so wird es geschrieben. Und... ...Ehm... ...Dann noch Mark Henry... Also... ...So wie er... ...Ausgesprochen wird... ...Also... ...Henry wie beim Fußballspiel... ...Also... ...Henry wie beim Fußballspiel... äh, Terry Ori Also wer den kennt, der hat Fußball ernsthaft verpennt? Uh, gereimt! Yeah, ganz egal Ach ja, kann auch noch mehr Äh, als man sich damals noch gehört, rüber gefreut hatte Das war schlimm Ähm, ich mach mal kurz eine Ausnahme-Faude, hau erstmal mit meinem Kabel hier raus